Zu. Betrifft. Schutzmaßnahmen. Liebe Madames, Sörs, wie wir wissen, sind wir in dieser Zeit gezwungen, uns mit Sicherheits- oder Terroranschlägen zu befassen, die leider von Zeit zu Zeit auftreten. Wenn eine Person an einem öffentlichen Ort angegriffen wird, gibt es, wie Sie wissen, zwei Reaktionsoptionen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich zu wehren und mit demselben Täter zu kämpfen, und die andere Möglichkeit ist, zu versuchen, dem Ort zu entkommen, bis die Wut vorbei ist. Wenn es jedoch um eine behinderte Person geht, und noch wahrer, wenn es um eine Person geht, die an einen Rollstuhl gebunden ist, ist keine dieser beiden Möglichkeiten möglich. Meine Frage an Sie lautet, hat es einen Gedanken über die Entwicklung zugänglicher Waffen oder Waffen gegeben, die einer behinderten Person helfen können, wenn und wann sie in eine solche Situation gerät? Und in dem Maße, in dem solche Waffen auf technischer Ebene offen sind, überlegen Sie, wie Kriterien und Tests festgelegt werden können, anhand derer bestimmt werden kann, welche behinderten Menschen Zugang zu solchen Waffen haben, und dies liegt an dem Potenzial, ein solches Recht auf Selbstverteidigung zu missbrauchen? Oder ist es eine wahnhafte und verrückte Idee? Oder ethisch oder moralisch inakzeptable, die keinerlei würdig ist? Was denken Sie? Ich werde darauf hinweisen, dass ich keine Kenntnis von offenen Waffen und keinen Zugang habe, was ich nur als behinderte Person kenne, die regelmäßig nach Produkten sucht, die bei Bedarf im täglichen Leben helfen. Mit freundlichen Grüßen, Asaf Benyamini